Alter... So Leute, ich bin jetzt hier, auf der Brücke. Man kann aber nicht ganz so geile Sonnenschutz machen. Also es ist irgendwie total... Viel zu hell ist das. Ah, sieht doch schon viel besser aus. Ja, wie gesagt, ich habe nicht wirklich viel Ahnung von Kameras. Aber vielleicht versuche ich mich jetzt so ein bisschen an so ein paar cinematische Shots. Ich habe davon noch überhaupt keine Ahnung, wie ich am besten filmen soll und so weiter. Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Ich habe eine MC aufnehmen. Ich habe hier schon eine MC offen. Und ja, auf meinem Gaming-Kanal, also auf meinem Blog-Kanal, Link dazu in der Beschreibung, werden jetzt auch wieder relativ aktiv Gaming-Videos kommen. Okay, jetzt kommen wir ja jetzt momentan aktiv Videos. Aber ich möchte jetzt wieder noch aktiver werden, sodass ihr auch da jeden zweiten, dritten Tag ein Video kommt. Und ja, mal gucken, wie ich das mit den Daily-Vlogs unter einen Hut stelle. Bis zum nächsten Mal.